Frohe Weihnachten, Curry! Hallo! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten alle! Aber wir haben doch gar kein Weihnachten. Aber wir sind hier heimlich im, 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 ja... Christkindchen Nikolaus Weihnachtsmann Hauptquartier. Oh. Sorry. Hab ich so viel, hab ich solche Stimme gefilmt? Nein, du guckst so böse. Also wenn ich dir dein Gesicht angucke, dann... Kann man sich, kann man sich bücken oder so? Da kann ich dir richtig ins Gesicht gucken. Boah, Alter, du hast voll die Glubsch auf. Warte, warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Nee, ist nicht wirklich schön. Aber die Musik! Ja, ist schön. Ist schön. Weihnachtlich. Ja, ist auch wunderschön, Weihnachtlich. Aber, hier ist ja was passiert. Der Weihnachtsmann, der hat zu viel gesoffen. Wieder einmal. Und hat hier ne kleine Orgel gestartet. Und hat aus Versehen... Also erstmal, es gibt dieses Jahr keine Geschenke. Er hat aus Versehen, alle hilfenden Elfen ermordet. Manno! Ist das so... Ja, aber Curry, guck mal! Ja, was machst du da? Wie süß die waren! Warum hat der das gemacht? Putzen! Ey, du machst alles dreckig! Great, tanzt auf dem Blut! Okay, warte, scheiße, tut mir leid. So. Ähm, naja, wir müssen hier alles sauber machen. Wir können ja hier schon mal anfangen. Äh, wobei, wir haben noch gar keinen Putzeimer. Oh! Oh! Oh, wie vergeistert! Wie vergeistert! Oh Gott! Oh, wo ist der hin? So, kann er mal zeigen, so? Achso, ja, ich nehme mal meinen Putzeim, äh, meinen Lappen. Oder meinen... Oh! Sehr schön! So, ja. Okay, dann, äh... So würde ich mal sagen, ich mache hier rechts und nun was links. Ja, wir wurden ja gebucht von meiner... Ja. Ah, schön. Oh, jetzt haben wir, jetzt haben wir schon das Problem. Jetzt haben wir nämlich ein Problem, ja. Äh, warte mal, mache ich schon Fußspuren? Warte, soll ich den... Soll ich... Soll ich den Eimer holen? Ja! Aber da vorne ist schon Blut. Das ist sehr schwierig. Oh Gott, warte, warte. Ich suche hier rüber zu springen. Höh! Ich mache keine Spuren, ich mache keine Spuren. Okay. Höh! Ich glaube ich auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich versuch's jetzt einfach mal, ich hole mir den Eimer. Höh, weiter! Pass auf! Ja. Nein, du hast eine Spur gemacht! Echt? Nein, das war schon so, ich schwöre. Okay. So, Putzeimer. Hier einmal für dich. Oh! Oh, jetzt hab ich den schon leer gemacht! Oh nein, ich war ne Spur! Das ist geil! Das ist die Katastrophe jetzt schon! Das ist irgendwie schlimmer. Also man sieht, wir sind äh professionelle... Ja! Wir sind eine professionelle äh... Wie nennt man sowas? Ähm... Naja, Putzekolonne des Weihnachtsmannens. Hier, hier ist dein Eimer. Okay, da muss ich jetzt aufpassen. Hups! Was war das denn? Juhu! Sauber! Wie er den einfach so ganz schnell da rein zuckt. Web! So, ich hol mir... Aber mir hol ich auch noch nen Eimer. Juhu! Höh! Ihh! Was denn? Da ist ne Aimer ausgekommen! Oh! Da liegt also... Also kein Eimer, sondern ein... Oh, hab mal nen Putzeimer. So, dankeschön! Mach mal, damit wir hier wieder durchlaufen. Och ne! Hey! Was ist denn los? Ihr habt schon wieder den Eimer ausgeschüttet. So, ganz vorsichtig. Also hier muss man eben vorsichtig sein. Das ist so blöd immer. Ja. Das ist tatsächlich ein Spiel, wo wir einfach nur sauber machen. Ja. Ja. Wir machen sauber. So. Fuck! Ich hatte da schon... Vor einiger Zeit hatte ich da schon ähm... Was aufgenommen zu alleine. Und es war so langweilig. Oh. Und allein jetzt schon die ersten Minuten sind viel viel spannender. Oh. Weiß nicht. Ja, zu zweit ist das ja auch... Geht das ja auch viel schneller. Ja. Sollen wir die Leichen dann später machen und jetzt erst noch... Ja, wir machen erstmal die... Aber ich glaube, die Leichen machen auch Blutflecken. Ja, deswegen wenn man so dagegen kommt dann... Und äh, wo tut man die denn überhaupt hin? Da brauchen wir so nen Mülleimer für. Ach so, ist das nicht so ein Atomding ins da... so ne ähm äh hier ähm für Biomüll ich weiß ich muss ganz ehrlich zugeben ich weiß zum Beispiel nicht was das hier vorne ist was denn aber hier hast du schon schön sauber gemacht so was denn also das da vorne ist eine zerstückelte Elfe das ja ach so du meinst den hier ja was denn ja das ist meine Kiste das ist meine äh ich wusste du hast damit was zu tun hier im Kiste hier guck die muss ich auch immer schön sauber machen die kann man auch zu machen guck warte hier oh äh hier zack ah cool und dann kann man die auch rumtragen und dann kann man die hier oh und so ist es hier passiert ich mach die hier nochmal ein bisschen sauber ja ich stell die Kiste mal wieder hin oh äh äh wo ist denn Curry ähm Curry ey was macht die Kiste da Curry was was hast du hier gemacht ich wollte die Kiste rumtragen aber irgendwie hat die sich auf den Eimer kann ich die wieder nehmen so ey guck mal die drehen sich im Kreis wow oh Gott so jetzt stell ich sie ab oh aber nicht hier so abgestellt ich höre schon auf oh nein jetzt mach ich also man muss echt aufpassen wo man hier hintritt ich brauch auch gleich einen neuen Eimer ach so ich weiß gar nicht was man mit den gebrauchenden Eimer macht also ich äh das was ich dir gesagt hatte das war schon alles was ich wusste ja das ist auf jeden Fall einiges ähm wir müssen aber echt gucken wo wir die ganzen Teile hier hin tun von den oh von den Elfen warte lass mich nochmal ganz kurz einmal hier rein und dann gehe ich äh nur hier die Sachen noch weg machen ja ja wir haben ja Zeit oh die kleinen Fingerbrücke so hier sind sie weg mach ich immer noch Spuren ne ich mach keine mehr sehr gut sehr schön oh hier ist auch Trotze so dann guck ich mal oh da sind wir im Arm wo kommt der hin ii oh ich glaube es ist schon längst zu spät ja scheiße oh warte kann ich den hier auf deinen Arm oh der zeigt mir den Stinkefinger hallo Arm oh nein ich mach hier alles dreckig ich kann ihn aber nicht aufnehmen ich gucke mir erstmal einen neuen Putzeimer so oh nö was kommt der ii also du musst aufpassen manchmal kommt da auch so Fleischklöpse raus und dann macht das dir wieder alles dreckig also ich weiß absolut nicht wovon du redest ich hab kein Problem hier guck hier kam so so ein das ist übrigens Pettkacke ah Pettkacke hier das nehme ich mache ich direkt in meine Kiste rein nehme ich mit ach vielleicht ist das ja dafür sogar wirklich da ach so dass man Sachen mitnehmen kann hier oder was ja vielleicht ist das ja die Müllkiste wow man merkt man dass wir keine Ahnung haben doch wir sind total vorbereitet hallo ja das wäre okay also wir wissen guck mal hier also hier haben wir einen Putzeimer dann haben wir so einen Putzlappen dann können wir hier sauber wischen ja guck mal ich geh mal hier gleich nicht rein und guck mal ob wir da ich hab den wieder umgekippt also der kippt manchmal einfach von selber um das bin ich nicht natürlich oh ii so wo willst du hin äh ich geh gleich mal nach links und wisch mich da mal ein bisschen frei damit ich da durch kann ja ich glaube ich weiß was wo man den Mülleimer kriegt sooo warte den kriegt man glaube ich hier oh scheiße äh wenn man hier drauf drückt ah den meinst du doch oder so da kommen dann die ganzen Elfen rein oder nicht oder kommen die da rein ja ne ja ich denk mal also der Müll na gut dann helfe ich dir mal ey oh scheiße ah Entschuldigung was machst du denn da ich mach's nicht ok schön hochheben und nirgendwo gegenlaufen ok hier ist doch oh scheiße ach wo ne ey weil der Autor ist zu mir so leid jetzt heb hoch scheiße zu mir leid ich kann mich das so drehen ach so ja sehr schön ey der springt vor ganz rein so jetzt stopp 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 warte ganz ruhig und ja aber selber ja ich hab nicht getroffen sooo ich glaub das ist doch besser oh jetzt haben wir hier wieder alles dreckig gemacht was ist das denn hohen Frieden also ich werf das auch mal da rein kleine Füßchen also man sieht es weihnachtet sehr hier bei uns ja das ist doch ein sehr besinnliches Spiel muss ich sagen ja kann man auf jeden Fall empfehlen kann man sich glaube ich für 3 Euro bei Steam kaufen ja ich mein auch Momentan oh ernsthaft Entschuldigung hast du auch bei dieser Weihnachtsaktion mit hier auf Steam ja da kann man so irgendwie seine Karten irgendwie zum Tausch oder so wie ging das ja kann man Spiele gewinnen diesen Edelsteinen ja ja auf die kannst du bieten und denkst du ah verkaufst du noch ein paar Sachen aus dem Inventar und hab erst 55 Edelsteine denkst du jetzt wirst du ja erstmal ein fettes Spiel oder weißt du es ist ein kleines und dann ähm war das niedrigste Gebot für so ein Spiel für so ein Pipi Spiel irgendwie wäre 25.000 Edelsteine ja hab ich gesehen boah ich wollte da mitbieten hab ich bei mir geguckt dann stand bei mir dass ich null Edelsteine hab Meno voll doof wollen wir diese Leiten passen die hier alle rein wo nochmal welche von da nein oh mein Gott der Hocker der flippt aus oh nein ich steh auf einen Hocker drauf so ey hä was machst du oh man ich wollte den Kopf da unten ah ich hab kein Bombeer Curry guck die leben alle noch Mann ey geh weg hier sauber machen du sollst dreckig toll wir sind da gut vorangekommen also da vorne ist alles sauber aber hier kein Kackkörper ey kann man die Eimer auch irgendwie wieder wegtun was meinst du hä komm wir schaffen das warte mal wir brauchen zwei Mülleimer oh hier ist noch ein Putzeimer so sauber gemacht und sauber machen so aufpassen nein jetzt hab ich den wieder umgekippt ey das gibt's doch nicht es ist herrlich hier es ist herrlich was ist das denn oh hier ich hab noch ne Elfe für dich oh das ist super sollen wir die einfach erstmal alle auf einen Haufen sammeln ich hab doch wunderbar hier da kriegt man das Füßchen ja hier sieht man auch die Polizei hat auch mitgeschmückt die Wohnung oder die Villa oder die Werkstatt du kannst ja ich mach das schon nicht ich hab's ja auch versaut hier ja das sieht man also das ist es kommt auf jeden Fall ja guck mal ich hole einfach erstmal alle Elfen es ist ja egal das sieht aus wie ein Febaroni so wir können ja erstmal alle sammeln auf einen Punkt und dann können wir dann sauber machen es geht bestimmt schneller oder wir werfen die einfach ins Feuer guck mal geht das ja und hier die Wodkaflasche noch hinterher hui warte oh du hast mich hochgehoben oh Entschuldigung also können wir die Eimer auch da rein tun oh der Stuhl geht alles tut einfach alles da rein oh äh Alter die Eimer ne wir müssten die ja loswerden das hab ich mir ja schon also wenn das gehen würde wäre es super aber ja das steht jetzt da drin toll ja was ich wir haben wirklich sehr viel Ahnung ja ja viel Ahnung ja aber ich glaube wir können da noch nicht mal was für also ich äh pack erstmal das Geschenk hier oben drauf äh das Geschenk hier oben drauf so was denn wo bist du hier hinten ne ich hab dich nur anguckt ich hab wieder so Kliberoni an nein ich hab wieder oh man ich hab wieder Fußspuren gemacht so ähm du hast denn schon einen Weihnachtsbaum zu Hause wahrscheinlich noch nicht die werden ja noch nicht verkauft oder doch ich hab einen Weihnachtsbaum wir haben immer denselben wir haben noch einen ganz alten so einen künstlichen also ein echter passt bei uns gar nicht rein deswegen ach so der steht aber schon länger ich glaube irgendwie seit einer Woche oh und wie sie schön wir sind da immer sehr früh ja meine Mama macht das immer ganz toll oh das ist so nur das doofe ist also meine ähm Mutter macht da immer so so Schneeflocken als so aus Watte ja dann geht da immer der Hund hin und der frisst das immer auf also der spielt da mit das ist immer alles auseinander und dann steht dann steht er da und da hat er immer Watte auf der Nase äh Quincy ne Quincy heißt er ja ja ich habe das Gefühl dass die Elfen hier noch leben warum ich weiß nicht irgendwas gibt mir das Gefühl guck mal hier bitte ich bin noch nie tot bitte bitte jetzt ist er tot jetzt ist er tot was ist denn da rein ihih der guckt mit einem Auge durch den Boden ja der hat sich gerade auch noch bewegt und so gezappelt ja komm mal her oh ah ähm Gott da liegt dein Kopf da liegt dein Kopf da liegt dein Kopf jetzt habe ich das alles wieder raus achso du hast eine neue Kiste geholt ja ok warte mal hä wie soll man die denn entsorgen ich verstehe das nicht was ist denn das ey was jetzt wirfst du mit Geschenken rum hä nein da kam gerade ein Geschenk geflogen was zur Helle ich mach das hier ganz offen gerade ok ich lass dich einfach mal machen also man sieht wir sind auf jeden Fall schon gut vorangekommen ja das sieht ja schlimmer aus als vorher ja sag ich doch das kann ja nur wort machen ich geh mal oben gucken was machst du machst du das ist voll buggy oh gott das gucke ich dir im Gesicht an total gruselig ja ich lass dich mal machen also hier hängt auch oh gott oh ähm kann man das alles mitnehmen hier ich werfe dir das einfach zu hui oh warte warte ich will da einen Moment äh wie kann ich denn werfen wo denn wo kann ich fallen lassen hui hui ah Mist ja und da kommt noch ein Messer oh und ein Torso äh oh ich nehme erst den Fuß nam 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 also manchmal fliegen die Sachen irgendwo hin wo die gar nicht hin sollen so klein Torso ach da haben wir noch einen Fuß und einen Kopf und einen Arm schön das ist sehr nett von dir das ist Teamwork Leute das ist Teamwork ja das ist ja auch ein Koop Spiel ne ja ich hab ein Versteck gefunden nein Santa hatte noch mehr Opfer oh gott warte ich komm gucken guck mal was da muss die Treppe hoch ok oh nein das ist so traurig guck mal oh kann man die da tun lassen merkt doch keiner ne ja aber jetzt hab ich's ja schon aufgemacht oh ja warte vielleicht kann ich da wieder zumachen oh mein Gott hat ja hier eine Party gefallen oh warte 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 nein ok man kann's glaube ich nicht wieder zumachen ey was ist das denn ja die müssen was machen die denn da unten was geht denn da unten ab was denn hä voll der Dubstep Eimer oh warte wie soll man das denn aufräumen das kann man doch gar nicht schaffen oh wie kommt man ach hier ist noch eine vor allem zu zweit hallo ich dachte eigentlich man kann das irgendwie zu 6 spielen oder so was ist denn da unten los vielleicht kann man das mit mehreren spielen wir haben's nur noch nicht getestet hier noch ne Elfe oh bin ich mit runter gefallen hallo ja also ich muss sagen ich bin begeistert von unserem Werk ja wir sind auf jeden Fall die beste Firma die man buchen kann ja also man sieht bitte Leute ich bin an dem Tod ich lege unten ich kann nicht mehr bitte ich kann einfach nicht mehr Halt die Schnauze ah oh wuuu soll man da hinten gucken komm wir gehen erstmal alle Räume durch wir können ja danach immer noch gucken oh ich fliege hier rum oh kann ich auch los ok ich hab schon los gemacht ey der hat grad ein was was oh Gott wie groß fliegt das aus die Curry was oh wie groß fliegt das aus die Curry ja sollen wir einmal die Räume durchsuchen und gucken ob wir irgendwie ja sind auch die Bilder sehr schön die hier rumhängen für den also wenn man mal sieht hier hängen so Katzen rum und Pistolen das passt auf jeden Fall und Autos oh das ist ja schön was meinst du was oh Curry wir retten Weihnachten oder wir ja das sieht man also ich mein guck dir das mal an also im mit Sachen dekorieren sind wir super wenn ich besoffen bin spiele ich übrigens auch immer DART mit elf DART oh äh jetzt habe ich ein Messer in die Hand genommen sterben in Wirklichkeit war ich das alles guck mal Curry was dir passiert ist was denn haben die sich beruhigt ja oh guck mal der hat sich nochmal in eine Hälfte aufgeteilt ii krass oh ne da vorne ist noch eine ganze Elfe ja guck mal ich will gucken was da vorne ist das sah irgendwie total interessant aus eigentlich sollten wir hier sauber machen aber wir laufen hier einfach rum ja das wir machen das gleich wir müssen jetzt oh oh was ist das denn was ist denn hier los ii da unten hat er was gewackelt ich geh da nicht runter warte warte wir brauchen ne Waffe ok ich suche mal auch ne Waffe aus was habe ich hier hier ne kein Geschenk ja das sieht gut aus ich weiß nicht was das ist aber ich nehm es einfach mit du hast ne Zuckerstange ok ok Curry bist du bereit ja äh 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 geh vor wir werden jetzt erfahren was denn Tannos so getan hat oh was machst du denn da was machst du denn da äh hallo ich glaub hier ist die Küche oh was ist denn ach ich weiß was hier war was denn glaub ja hier gab's ursprünglich mal Rehe oder oder Hirsche oder ja oh ja das Stein wir können wahrscheinlich noch gar nicht auf den Schinken boah ja nom 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 Schinken richtig vom Bein erstmal abschnippeln so äh ja also das hier oben wird ja einfach sein mit dem sauber machen wir müssen ja das sagen wir jetzt also oben sah das eigentlich auch nicht so schlimm aus aber guck mal jetzt wie das oben aussieht ja man darf wir müssen halt nur nicht wir müssen wir dürfen hier nicht runter ja dann bist du vielleicht noch sauber ob ob das wohl wirklich anzeigt wenn wir fertig sind irgendwann das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen boah ich glaub schon aber das war's jetzt nur oben und äh dieser eine Raum und das war's ja so rund ist die Werkstatt gar nicht glaube ich dachte wir kommen jetzt noch irgendwo in einen Raum wo dann die Spielzeuge gemacht werden ja dachte ich auch man kann ja auf dem Fenster raus gucken oh echt oh weh schön oh oh Curry ich mag Weihnachten ja Weihnachten ist super ich liebe Weihnachten warte ich ich hab ich hab kann man die Tür aufmachen ich hab ein Geschenk für dich boah was ist da denn drin ja warte ich mach das mal auf warte nicht zugucken ich mach das selber auf okay warte ich guck weg oh hä okay was ist da drin äh boah das wär doch nicht nötig gewesen ja das ist nur für dich Chory ein neuer Wischmob ein neuer Wischmob und oh der ist ja schon der ist ja schon schmutzig guck mal ich mach alles sauber nein warum hast du nicht du kannst nicht sauber guck mal boah in Wirklichkeit war da ein riesen Muffin drin du kannst ja ein bisschen die Farben ändern von deinem Overall ne würde ich noch sagen hä welche Farbe hat meine Hose rot und mein Oberteil und du hast ne sehr schöne Bürste am Gürtel ja du auch auch rot alles rot okay du musst einmal in den Optionen äh ey was hast du jetzt gemacht du hast Pause gedrückt hä hast du auch Pause dann ja also ich geh in die Option und dann und dann gehst du runter runter und dabei General ach da dann kannst du Shirt Color und so machen okay dann mach ich mal den hier und ja blau ach es ist schon geändert ja war hier so schwarz oder so oooohh da boah weiter nein man sollte ja schon weihnachtliche Farben haben ne oh nein ich nehme ja auf ich wollte gerade einen Dominostein essen ne wie du wolltest einen Dominostein ja du machst ja du machst ja nimmst ja mit Webcam auf ne mach doch mal einen Dominostein ja komm ich bist doch mal ein Dominostein ja es ist ja auch ach ne stimmt ja das ist ja hier total das seriöse Game das darfst ja gar nicht also wir wollen ja nicht die Stimmung zerstören ne ja also so wie auch die ernste Musik hier läuft da kannst du auch echt gut die Stimmung kaputt machen oh was hab ich jetzt gemacht pa pa zack hier wo hast du das Geschenke ich räum mal wieder auf ok Curry meinst du mir schon ich wir brauchen unseren Planer also ich find ja hast du mich grad du bist mir grad bang ich find ja wir sollten uns erstmal die die Mülleimer nehmen und die ordentlich aufstellen so 5 stücke oder so welche Mülleimer du meinst jetzt die die grauen hier ne 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 das sind ja das sind ja die Wascheimer hier diese die Mülleimer die müssen wir ja auch irgendwo hinstellen ja aber ich weiß voll nicht wo was ist wenn ich den den so aber man muss die doch irgendwie entsorgen können jetzt kommt ein neuer raus toll Entschuldigung jetzt hast du den umgekippt und jetzt machen wir jetzt mit dem ich muss das mal kurz hier oben hinstellen was ist das denn kannst du das Radio nicht mal wegwerfen aber die Musik ist so schön was ist das überhaupt für ein Radio weiß ich nicht also ich denke wir müssen das Spiel sowieso irgendwann nochmal ganz im Ernst spielen und dann versuchen das irgendwie durchzuspielen ich spiele doch total ernst hallo Alter was machst du ok ich mach das Radio mal hier rein ja guck mal wie soll man das spielen wenn ich guck mal da können wir ja nicht zu wenn das so rumbacken hallo ach so ist zu guck mal das ist mein Freund Ottfried iiii hallo ich bin Ottfried ja wie geht es dir wuhuu hast du ein Spielzeug gemacht ich hab mehr Blute und mein Körper du aaaaaaah nein ich hab noch mehr guck mal nein jetzt ist es gar nichts komm wir spielen Fang du bist aaaaaaah warte ich komm mit ich komm mit ich komm mit ich bin ein bisschen langsamer aah ... hihihihi hihihi Oh, nee. Oh, klar. Also ich find wir haben bisher ganz gut aufgehauen. Find ich auch. Ich hab vor die Schokoladenzähne. Krass, Curry, ja. Ich hab vor die Schokoladenzähne. Was? Ja, aber ich hab Schokolade gegessen. Aber das war schon so. Ja. Oh. Sollten wir vielleicht wirklich mal versuchen aufzuräumen jetzt? Ja, ich weiß nicht, kann man das Spiel nochmal neu starten irgendwie? Warte. Aber ich glaub, da müssen wir... Okay, vielleicht kannst du ja ins Menü gehen. Dann ist das ja so blöd mit den Hinterherjoinen, ne? Willst du denn noch einmal... Also das Spiel ist ein bisschen komisch, das muss man sagen. Ist doch aus der Steuerung echt mies. Die Steuerung ist jetzt nicht so wie beim Search Simulator, aber es ist schon schwer gemacht. Das stimmt, ja. Warte mal, ich ähm... Halt mal ein bisschen... Können wir mal ausmachen? Was machst du da? Schulterklopfer. Schulterklopfer. Willst du mal... Soll ich dir mal meinen Wischmock zeigen? Curry? Nein! Guck mal, mein Wischmock! Mein Wischmock! Guck mal! Ihhh! Geh weg! Aaaaah! Oh Gott! Oh Gott! Sorry, laden wir das hoch? Ja! Nein, wir werden das natürlich nicht hochladen! Sorry, ich lad das hoch! Hier, Chaos! Wir machen Chaos! Ich nehm jetzt den Weihnachtsbaum! Ich kann ihn nicht... Ah, guck mal! Cool! Oh, ich hab was gemacht, was nicht so sein... Was machst du da? Die... Oh, da ist lustige Musik! Hast du die auch? Ey, du kannst doch den Weihnachtsbaum nicht einfach verunstalten! Mach ich den nicht! Ich dachte da... Die hat Läuse! Doch die ganzen Kugeln fallen runter! Die hat Läuse! Das sind Kugeln! Ne, das sind Läuse! Blattläuse! Ähm... Ja! So, ich hab meinen Stuhl in der Hand! So, den stell ich hier hin! Zack! Schaukelstuhl! Aaaaah! Ja, ne? Warte, warte, warte! Warte! Jetzt ne Elfer da hinsetzen! Ne, ich dachte, wenn ich... Wenn ich jetzt den Stuhl hier nehm... Warte, so! So! Ja! Tue ich so, als ob ich mich da drauf setze? Jetzt hast du den wieder umgeworfen! Oh! Warte! Komm her! So! So, wenn du jetzt da vorne hingehst und ich mich hier so drauf stell oder drauf setze... Erzählst du dann eine Geschichte am Kamin? Ja! Okay! Neben dem Kamin! Okay, ich höre zu! Du stehst auf dem Kamin! Ich kann mich leider nicht hinsetzen, aber das muss so! Also das ist ein Stehstuhl! Ja, du stehst da! Das ist sehr schön! Gut! Hallo, liebe Kinder! Ja! Los! Wir warten! Wir warten! Ja, ich muss warten! Ich muss... Ähm! Ähm! Okay! Hallo, liebe Kinder! Herzlich willkommen hier in meiner Weihnachtsstube! Ähm! Es war einmal vor langer, langer Zeit! Da waren die Muffins noch am Leben! Die Muffins wohnten in einer kleinen Behausung namens... ähm... ähm... ja... Also ich muss erstmal in meinen Spickzettel gucken! Ähm... 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 Das war die beste Geschichte, die ich jemals entzählt habe! Danke Curry! Ja! Hallo! Hallo! Elfe! Komm, los! Fang, fang! Äh... Wer? Wer? Find ich das? Höh! Mist! Ja! Ich kann sehr weit werden! Warte! Warte! Oh! Oh! Du hast sie gefangen! Was zur Hölle? Wo ist sie? Da unten auf dem Boden! Ah! Nein! Die sind wieder aufgewacht! Die sind wieder aufgewacht! Geh weg! Krass! Ich brauche auch mal eine Grill! Nein! Bist doch weiss! Nein! Uua! Ich mach mit! Zack! Ey, wo bist du hin? Hier! Hä? Seh dich nicht! Ist dir kalt? Kill dir ne Elfe! Ich seh dich nicht! Bist unsichtbar! Hä? Hier bin ich! Du bist hier echt nicht! Nee! Warte mal! Hier! Jetzt bist du unsichtbar! Bist du im Kamin drin? Nö! Ich steh dabei nicht! Ah! Jetzt bist du da! Hallo! Hallo! Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel! Ja! Wir sind auf jeden Fall bei der Sache! Kann man nicht auch sagen! Ja! Auf jeden Fall! Aber ich versuche jetzt wirklich aufzuräumen! Boah! Mit der ganzen Familie! Ja! Genau! Ein Heiligabend! Sollen wir nicht lieber nochmal die Aufnahme dann neu starten? Also auch das Spiel neu starten? Dann haben wir nochmal die Grundvoraussetzungen! Weil... Hier brauchen wir Jahre! Okay! Mach mal! Gut! Ja du bist schuld! Ich war das nicht! Ich war das auch nicht! Aber guck mal! Guck mal da oben! Siehst du den da? Wie soll man denn da rankommen? Ja! Warte mal! Ich glaube ich weiß wie man da rankommen! Hier! Äh! So! Wie hast du das jetzt gemacht? Einfach mit nem Wischwob dagegen gehauen! Hier guck! Oh! Ja! Der Curry der ist ganz schlauer! So! Wenn du willst! So! Dann starten wir mal das Spiel neu! Auf ein neues! Buch! Und ich sage dann mal... Bis zum nächsten Mal! Äh! Bis gleich! Also warte! Ja! Ja! Saubermachen! 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 Okay! Bye Bye! Tschüss!